Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Darkspoor. Ja, wie ich ja gesagt habe, haben wir hier ein wenig jetzt wieder vorangespielt, weil wir jetzt schon zweimal an der Stelle gefehlt sind. Wir haben, beziehungsweise ich habe mein Team wieder verändert, da Quanten hier recht effektiv sind, habe ich mir Maltry geholt, der ist leider nur Level 25, war aber recht effektiv, Schaden, ja, ja, sagen wir mal nichts. Und dann habe ich hier noch den Kollegen, mit dem ich gerade umrenne, nicht, jetzt nicht mehr, ähm, gut, das ist ein Heiler, betrunken auf Heiler, also Heiler halt, ja, erklärt sich schon selbst. Ähm, joa, wir versuchen unser Bestes. Und, man siehe, oben, links in der Ecke, keiner hat einen Helden verloren. Also, Maltry Power, ja, jetzt werdet ihr den Maltry Power Schaden sehen. Oh, das ist bei mir, neun. Aber immerhin, ich habe mich vorgearbeitet. Oh, sechse. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein ganz, ganz mieses, schlechtes Gefühl. Das Vieh hat drei Schläge gemacht. Ah, Bombe. Du, wir gehen zum Heilteil. Heilung, 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 Heilung. Ja, ich heil dich. Ich danke dir. Nein, hier ist kein Heilobelisk. Hast du den schon eingesetzt? Aber hier in der Mitte. Nein, habe ich noch nicht in der Mitte. Aber nicht aktivieren. Ja, ich wurde gebombt von diesen kleinen Mistkröten. Das war der falsche Knopf. Das war der richtige Knopf. Boom. Ich muss jetzt noch sieben töten. Ich aktiviere den Halsch. Das hat... Wow, what the heck? Von mir aus, ja. Ja, ich wollte es gerade aufnehmen. Plötzlich kam da eine halbe Armée. Mann. Oh. Ich habe Schuss. Also, er... Es läuft gut. Sieht gut aus. Oh, ich habe zwei getötet. Jihau. Und meine kleine... Ich habe jetzt so eine kleine Drohne um mich herum schwören, die schießt tatsächlich. Das bedeutet, ich muss nur laufen und die Drohne tötet alles. Verbündet ist möglich, ausgeschaltet. Oh. Also, mein letzter Held, sage ich dann nur, ne? I... Kill you. Oh, 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 oh. Ja, was ist denn das? Ich heile dich und... Scheiße, wie sage ich dir? Ey, das ist doch... Sinnlos. Es ist richtig sinnlos. Nein! Lass mich... Ey, was soll das? Oh, 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 oh. QQQ. Okay, es ist ein Fail. Ein Fail ist das. Ein Fail. Ich habe den falschen Arcade gedrückt. Ey, Kau, das schaffst du nicht. Oh, das, das schaffe ich. Ich habe noch... Keine Leben mehr. Okay, das war wieder einmal eine Fail Runde. Wir... Was machen wir jetzt? Wir... Wir leveln jetzt weiter. Okay, wir leveln jetzt weiter. Das bedeutet... Es geht nicht. Es geht nicht. Ja. Die Frage ist, mit was für Helden tanze ich jetzt an? Das Heilen hat es jetzt auch nicht so gebraucht, weil ich brauch drei Sekunden, um dich zu heilen. Meine... Das ist doch kontinuierliches Healing, aber... Oh, man... Grummel. Ich pack erst mal wieder meine anderen Helden ein. Maltry ist toll, aber... Aber... Blitz ist toller. In deiner Gru... Ja. So. Bingo. Sag mal, hast du Andromeda dabei? Nein. Läuft das Let Play noch? Ja. Ah. Gut. Das war der falsche Held. Oh my god. Oh my god. Das ist so ein... Willst du das Let Play auch laufen lassen, während wir leveln? Tja, ich würde einfach mal sagen, wir zeichnen das ausschnittsweise. Und ich weiß nicht, welchen Helden ich mitnehmen soll. Ja, den Heiler. Ach, dann hab ich zweimal... Okay. Zweimal Elektro. Halt. Ja. Das wär blöd. Deswegen nehm ich wieder Revenant mit. Revenant rules. Er rulet einfach nur. Und ich merke mir wahrscheinlich endlich mal den Namen. Gut. Ähm, ich hab mich umentschieden. Ähm, wir haben... Ich fall jetzt hier erstmal wieder aus, als eine, in Anführungsstrichen, kleine Pause. Wir haben sicherlich vor, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, äh, ja, die vierte Ebene... Ne, die dritte Ebene, äh, zu farmen. Level, level, level. Und, ja, ich melde mich... Nein, wir melden uns dann möglichst schnell wieder mit einem möglichst starken Heldenarsenal. Also, bis gleich. Hallo Leute und willkommen zurück. Ähm, wir, oder ich, hab's vielmehr grad mit der Aufnahme vergeigt. Wir haben's zu zweit geschafft, Nemesis und ich, dieses Viech diesmal zu besiegen. Ja, wie gesagt, ich hab's vergeigt aufzunehmen, weil das waren einige Versuche und ich, ja, hab's halt vergeigt. Wir haben's geschafft, ähm, es war ein harte Fight. Sehr hart. Wir haben's geschafft. Das ist die Hauptsache. User joined your channel. Wenn ihr mir jetzt sagt, dass ihr immer noch am zocken solltet... Wir sind wieder und dann mal bitte... Gott, leise. Okay, wir weiter oder... Ja, wollen wir's riskieren? Nein, weil, äh, du weißt doch. Ich würd jetzt erstmal telefonieren lassen. Alles klar. Gut, und ich guck jetzt erstmal, wie's mit meinen Helden aussieht. Oh, ein Chance auf ein seltenes Objekt. 16 Prozent. Na, das wird bestimmt was. Ich hab's sogar nicht. Ich hab 96 Prozent. Ey, das war toll. Cool. Cool, ich hab ein 27. Lucky, lucky. Also ich hab wenigstens das Orangenes. 615 plus Gesundheit. Das find ich sehr sozial. Das gefällt mir. Nice. Gut, das bauen wir auch mal ein. Am besten Titan. Der kann das gut gebrauchen. Ähm, na gut, dann ruf mal an. Wenn du möchtest. Jo. User disconnected from your channel. So. Ich kann, ich mach uns aber hier weiter. Du kannst gerne mit einsteigen, wenn du möchtest. Ich bin da nicht so weit wie jeder. Tut mir leid. Das stimmt, das ist das Problem. Dann spielst du weiter. Ja, wieso braucht ihr den Einwohner? Ey, wenn ihr schon so früh am Morgen schon seid, ey. So früh am Morgen? Hallo? Früh? Okay, ja, früh. In Anführungsstrichen. Ich mach jetzt eine S-Mail und dann muss ich zum Essen und dann muss ich zum Sport ein. Ich hab Essen und Sport verstanden. Ich glaub, das... Den Rest hab ich nicht verstanden, aber... Ja, erstmal spiel ich jetzt eine Mission hier. Denk mich zum Essen und denk mich zum Sport. Alles klar. Ich hab neulchen wollen. Wir haben uns grüßtet. Wunderbar. Das hört man gerne. Geil. Und mein Titan wird immer stärker. Ja, ja. Level 39. Wuhu. Respect. Das gefällt mir. Das gefällt dem Gutantwort sehr. Okay. Plus 27 Stärke ist natürlich auch der Wahnsinn. Aber viel wenig Crit. Ach, egal. Machen wir. Ah, glaub mir, das war jetzt wirklich sehr hart. Also wenn du an der Stelle bist, viel Spaß. Beziehungsweise wenn wir mit dir an der Stelle sind, betonen wir es mal so. Gut. Ähm, schauen wir mal unsere anderen Helden an und hoffen, dass sie genauso hochleveln können mit der Ausrüstung. Ja. Malte, du musst unbedingt auf unsere Höhe kommen. Dann wird das richtig lustig. Ja, zaubern kann ich auch nicht. Doch. Und so oft gehen wir, ja, gut, kann ich aber so oft gehen wir, kann ich auch nicht zu beleidigen. Ach, ja. Hol dir professionelle Hilfe. Den kleinen Jung? Oh, okay, gut, hier gibt es nicht wirklich viel. Ich weiß, ja, eigentlich überhaupt nichts. Oh, nee. Hm. Plus an Geisteskraft. Starkes Plus. Hm. Wir wagen es mal. An sich sind meine Heroes jetzt fertig. Zack, kurz Zack. So, mein Team. Perfekt gemoddet. Und fast Kroginitorenstufe 14. So soll das. So, okay, kurze Pinkelpause, be right back. So, ähm, willkommen zurück. Ich verspreche euch, dass es jetzt nicht mehr so ein Flickenteppich von anderen Reihungen von Partstückchen wird. Habe ich eigentlich nicht vor. So, und deswegen starten wir jetzt erstmal zu zweit. In die vier kommen vier Strich zwei. Und hoffen natürlich, dass es jetzt nicht so kompliziert wird. Hüstel, hüstel. Video. Oder auch nicht. Wenigstens ist Blitz. Ich finde eigentlich cool, wenn es so kompliziert ist. Ja, 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 ja. Obwohl, das war schon recht knifflig. Gut. Welcome back. Ab geht's. Und ich werde mal ganz kurz den Sound konfigurieren, also laufe jetzt hier nicht gleich los. Es kommt mir nämlich so vor, als hört man kaum noch was vom Spiel. Bisschen Musik ist auch drin, meinetwegen. Bisschen Hintergrund auch. Ja, denn letzten Endes, jedes Headset rauscht ein bisschen. Das kann man damit ein bisschen unterdrücken. Voll droid. Nee, voll droid. So. Also voll Trottel. Was denn so? Ja. Muss man mal gucken. Boah, null mehr, null mal mehr als 103 Schaden verursacht. Bäh, das ruft nach Arbeit. Das ruft nach Autsch. Ja, für die Gegner. Kommt ganz drauf an. Und. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Alles klar. Ach, cool. Wenn ich meine Spezialattacke mache, also eine meiner vielen, dann kann ich sämtliche Projektile auf die Gegner umleiten. Also erstmal ablenken und umleiten auf die Gegner. Das klingt sehr effektiv, auf jeden Fall. Ja. Boah, schon dreimal, 103. Also mehr als 103. Yeah. Oh. Immer. Du brauchst Unterstützung. Du brauchst Unterstützung. On my way. On my way. Ja, Energiekäppich. Fast ist Lightning. Bam. Und nochmal. Bam. Und. Bam hoch 3. Oh, ich habe einmal mehr als nur drei Schaden gemacht. Einmal? So gut. Und wir haben einen Obelisk gefunden. Es ist beides das gleiche. Dächtig mal. Und hier ist Sackgasse. Wunderbar. Och du Cheater. Tja, ich kann's. Go, 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 go. Da saßt du zu mir. Okay. Ich mach mal kurz Muting. Ich warte anrufen. Ja, so famous. Ja. Ja. Jo, nee, heute. Ja. Jo, nee. Oh, nix mehr frech kann. Ist jetzt nicht. Ja, ich muss sagen, jetzt spielt sie es deutlich angenehmer. Bis jetzt. Kann sich jederzeit ändern. Ja, und. Stopp. 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 So, ja, wo wir dann am Ende doch tatsächlich verloren haben. Also, an euch, wir haben ein wenig gelevelt, beziehungsweise ich hab ihn ein wenig gezogen und wir sind tatsächlich gefailt in einem recht frühen Level. Das hat Kaudi ja noch nie gemacht. Oh ja, ich hab noch nie gefailt. Ich bin rundum perfekt. Bis zu dieser entscheidenden Szene, letzte Nacht. Wo ich gefailt hab. Und ab in die nächste Ebene. Ich hatte auch nicht nur einen einzigen... Also, das mit dem Mutant hat er nicht ganz so geklappt. Oh, was hast du mal zweitens? Das mit dem was? Mit dem Mutant? Ja, deswegen hab ich ja auch... Ja, ja, gemacht. Ja, ja, deswegen hab ich mir auch zugegeben. Ja, meinst du Bescheid? Ja. Ja, das ist ein bisschen blöd. Muss mir mal anschauen. Helden wechselt in Cooldown. Alter, mir ist schon ein bisschen, aber trotzdem irgendwie kacke. Kannst du mal diesen Kristall aufnehmen? Danke. Welche Kuss soll? Jenen welchen? Nee, jenen welcher. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Voltroids. Du machst irgendwie mehr Schaden pro Heat. Heat, Hit, meine ich. Oh Gott. Pro Heat. Pro Heizung. Nicht genügend Energie. Heat Energie. Omicron. Ja. Ah, hier. Ja, der hatte ein Schild gehabt. Ich hab's gesehen. Ja, aber... Der kann damit rammen. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hatte den Schild der hilft. Fuck. So, das war noch ein bisschen Action. Overdrive, power! Oh, das war's schon. Schade, dass es immer so lange, äh, so lange, so kurz anhält. Ich hab' ein blaues Auge bekommen. Kann man mal gebrauchen. Gut, hier ist nix mehr. Hier oben? Oh. Bestimmt auch nix. Nichts. Nö. Und da ist die nächste Ebene. Du Cheater. Ja, okay, letzten Endes ist Energieverschwendung. Wo, ohne Worte. Diese Fähigkeit ist im Cooldarm. Diese Erntemaschinen sicherten einst die materiellen Reizung des Planeten. Erntemaschinen. Ohne Kontrolle durch die Kognitoren bedrohen sie auch die letzte Oase des Lebens in diesem verstörten Übersystem. Was ist mit der Erntemaschine? Hörst du dir etwa nicht die Story an? Was? Die kam bei mir noch nicht. Gesundheit versäumt. So, okay. Nein. Nein. So, nach diesen Worte, Flugvieh, darf ich mich für alle Zuschauer bedanken. Dieser Part ist nämlich jetzt vollendet, bzw. die Zeit ist, ja, am Limit angelangt. Schaut doch einfach wieder beim nächsten Part rein, wenn es heißt, let's play Darkspoor together. Also, bis dann, haut rein. Amen. Am 1.